Sie hören Maria Dries, der Kommissar und das Biest von Markouf, gelesen von Bernd Rehäuser, erschienen bei Aufbau-Audio im Aufbau Verlag. So bete ich dich an. So bete ich dich an. Die Saint-Marcouf-Inseln bilden einen kleinen Archipel im Ärmelkanal. Sie liegen sieben Kilometer vor der Ostküste der Halbinsel Cotentin in der Normandie. Die Ile de Terre ist ein Vogelschutzgebiet, auf dem sich im Winter Zehntausende von Möwen niederlassen. Die etwas größere Ile du Larch wird von einer verlassenen Festung aus dem 19. Jahrhundert dominiert. Bei Ebbe ragen die Inseln nicht mehr als zehn Meter aus dem Meer. 1795 eroberten die Engländer den Archipel und behinderten den Warenverkehr in der Bucht Bé-de-Seine. So kam das erste U-Boot, die Nautilus, auf Anweisung von Napoleon zum Einsatz. Im Rahmen des Friedens von Amiens 1802 gingen die Inseln an Frankreich zurück. Daraufhin ließ Napoleon auf der größeren Insel eine Festung, das Fort Circulaire, erbauen, um eine erneute Erstürmung zu verhindern. Drei Wochen vor der Landung der Alliierten in der Normandie im Jahr 1944 wurde im Fort Circulaire ein schwerbewaffneter deutscher Vorposten vermutet. Ein Kommando schwamm zu den Inseln und stellte fest, dass sich dort keine Deutschen befanden. Dann wurde die Insel von Amerikanern besetzt. Der südliche Abschnitt der Ostküste wird daher auch als Utah Beach bezeichnet. Der Zugang zur Ile du Lerge ist verboten, da das Fort einsturzgefährdet ist. Das Betreten der Ile de Terre ist ebenfalls untersagt, damit die Vögel nicht beim Nisten und Brüten gestört werden. Ende August kann das Wetter im Cotentin rasch umschlagen und an manchen Tagen stürmisch und rau sein. Von Ravennouville aus sieht man die Inseln an solchen Tagen schemenhaft und dunkel im Nebel liegen. Auf einer Sandbank suchen Strandläufer nach Würmern. Das Meer ist aufgewühlt und der Wind peitscht schwarze Wolkengebirge darüber hinweg. Über dem Archipel ziehen kreischend Möwen ihre Kreise, andere sitzen mit zerzausten Gefieder auf verfallenen Mauerresten vor den düsteren Schießscharten der Festung. Der Wind heult um die Ruine und über den von Flechten überwachsenen Innenhof. Ungestüm rüttelt er am Strandhafer und wirbelt durch die Dünenrosen, während zwei Meter hohe Wogen grollend gegen die maroden Außendeiche klatschen. Sainte-Mer-Eglise Erster Tag Sainte-Mer-Eglise war ein beschaulicher Ort mit gut 2000 Einwohnern, der von Utah Beach zehn Kilometer entfernt im Landesinneren lag. Berühmtheit hatte er dadurch erlangt, dass es das erste Dorf war, das 1944 am D-Day von den Alliierten befreit worden war. Dabei blieb der amerikanische Fallschirmjäger John Steele mit seinem Fallschirm an einem der Ecktürme des Kirchturms hängen. An diesen ungewollten Landepunkt erinnerte eine Puppe, die am Glockenturm der Kirche hing, und ein Kirchenfenster zeigte die Mutter Gottes mit drei Fallschirmjägern zu ihren Füßen. Das Rathaus erhob sich am östlichen Rand des Marktplatzes. Von dort aus führte eine breite Treppe zum Eingangsportal, das von blühenden Azaleen in Tontöpfen flankiert wurde. Das Granitsteingebäude war einstöckig und verfügte über bogenförmige weiße Sprossenfenster. Der Mittelbau hatte... Das Granitsteingebäude war einstöckig und verfügte einstöckig und verfügte einstöckig und verfügte einstöckig. Das Granitsteingebäude war einstöckig und verfügte einstöckig und verfügte einstöckig und verfügte einstöckig.